Was ist das? Hast du das gehört? Da hat jemand geschrien! Nein! Ja, ich esse! Geht nicht! Verdammt! Was ist das? Batterien! Und kleiner Stein! Ministein! Ein Ministein ist das! Ja, auf jeden Fall! Und wieder Essen sammeln! Wir gehen holzen und Essen sammeln, auf jeden Fall! Ich bin jetzt alle Blockhütte! Ja, Blockhütte! Okay! Lalalalala! 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 Denen mögen nicht! Sinds? Was für ein Sammler? Ein Regensammler? Lies mal! Lies mal! Ähm, Inventar! Ich hab noch meine Feder! Wassersammler benötigt eine... Ich weiß, wo eine Schildkrötenschale ist! Von der Schildkröte, die ich umgelegt habe! Nicht jetzt! Die ist mitten im Dunkeln! Es soll Tag werden! Ja! Guck mal am Horizont! Über am Horizont! Geht weiter! Warum guck ich eigentlich auf Peter Mafferlieder? Was? Komm! Ja! Ja! Du bist durstig, du brauchst sauberes Wasser! Ich weiß! Ich suche gerade die Schale von der Schildkröte! Wo ist sie denn? Ministein! Brauche ich nicht! So wenig oder so viel Fleisch! Was ist das? Ich bin zu neugierig! Ich muss mal gucken, was auf der anderen Insel ist! Da solltest du es nicht machen! Aber ich brauche dringend was zu trinken! Ach du hast noch einen Stand eröffnet? Gut! Ich trinke meine letzte Soda! Ja! Ich sehe gerade, ich habe noch zwei Snacks! Ich muss die Schale finden! Eine Schildkröte! Und wenn ich sie nicht finde... Schwimmst du mal bitte weiter? Ja, ja! Ich hatte hier irgendwo die Schildkröte getötet! Und wenn ist hier noch gerade eine Schildkröte? Ahaha! Es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Sorry! Entschuldige! Hab ich das jetzt eingesammelt oder hab ich nicht? Warum sammle ich das nicht ein? Weil es jetzt unter Wasser ist! Kann ich tauchen? Warum kann ich nicht tauchen? Ah! Ich glaub ich hab's! 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 Ah verdammt! Voll an der Möbel vorbei! Ich bring doch ne Möbel mit, ja? Was? Hinter unserem Stein? Habe ich denn jetzt den... die Schale? Nein, ich habe sie immer noch nicht. Verstehe das nicht. Aber ich habe ein Metall-Tablett. Ich töte mal noch eine Schildkröte. Ja, die ist mal auf dem Land. Komm schon. Tut mir leid. Tut mir leid. Wieso kann ich sie denn nicht einsammeln? Ich kann sie nicht einsammeln. Ich kann sie nicht einsammeln. Komm doch mal her, bitte. Okay, so könnte ich zu dir kommen. Nein, nein, mache ich nicht. Ich schob sie von mir her. Habe ich vor. Bitte kein Einwohner. Ach, nö. Ach, nö. Na toll. Wenn es nur ein Dorf ist, ist es egal. Das ist nicht schlimm. Ach, jetzt schiebe ich es gerade auch mal schön. Komme. Ja, ich auch. Ganz viel Schildkrötenfleisch und eine Schildkröten-Schale. Wenn das Spiel nicht ständig hakt. Bitte kein Einwohner. Und wenn sind wir beide mit Echsen bewaffnet. Auch. Ich prügel einfach drauf los. Ich bin gleich da. Zelte. Ja, nein. Fantastisch. Die Einwohner sind so zivilisiert, dass sie Zelte haben. Ja. Ja, komm her. Es ist nur noch um den Stein rum. Siebel? Siebel. Ach, nö. So, ich versuche jetzt mal den Wasserstand zu bauen. Spiel, hakt mal wieder. Boah, tolle Rest. Fertig. Juhu, das ist ein Eichhörnchen erledigt. Ich sammle jetzt mal Holz. Ja? Vielleicht hilft der Wassersammler jetzt. Oh, ein Reh läuft die ganze Zeit mit mir und ich denke, was macht der? Ne. Huch! Der Baum schmeißt mit, äh, ähm, Holz. Echt? Das war der Baum selbst. Ich stand noch zu weit weg. Als dass ich hätte überhaupt treffen können. Reh, 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 reh. Komm her, du blöde Kuh. Nein, ich bin raus im Spiel geklickt. Gerade als ich zuschlagen wollte. Jetzt ist es weg. Komm her, komm her, komm her. Ach, echt. So frustrierend. Wir haben überall Wasser und man muss und können uns nicht trinken. Man denkt an Castaway. Ja, so ungefähr. Warum kann ich eigentlich immer nur ein Stöckchen aufheben? Also nicht ein Stöckchen, sondern einen Baumstamm. Ich kann immer nur einen Baumstamm aufheben. Ein Bein? Okay. Unser Feuer brennt nicht mehr, aber das ist nicht schlimm. So, zwei Stöcke habe ich schon. Du hast Lust, finde Wasser zum Trinken. Ach, hallo. Hier. Wenn ich wüsste, wie ich das mache, dann würde ich das auch tun. Warum fällt der Baum nicht? Ach, jetzt. Wack ist, ins Wasser zu fallen. Danke. Schön, in einer Reihe. Gut. Ja, ich bin hier bei unserem Dings zuständig. An unserem Lager. Ich sammle Holz. Was ist da? Oh, hier ist eine Höhle. Oh, eine Höhle. Aber warum sollten wir gerade in eine Höhle? Vielleicht ist sie von mir? Ach, deswegen konnte ich keine Schildkröten-Dings aufheben, weil ich schon eine hatte. kein ohr einwohner können wir nicht gebrauchen kommt schon klein steht du möchtest nicht ich weiß nicht hierhin bring kein besuch mit jetzt kann ich das fleisch nicht aufheben weil ich so viel fleisch habe den rehkopf wollte ich nicht danke was denn du bringst sie nicht mit hierhin oh nein jetzt werden sie mich suchen um hierhin das fleisch scheint fertig zu sein was war das hallo du guckst du dir jetzt die hand an können wir dann wasser sammeln ich bin schwer gestorben oder was wieso überlebt er bei dir nicht ja gibt es den baumstrumpf gibt es ihnen kommt schon kriegen wir wasser ich habe es nicht richtig gesehen ob hamswurst bei mir ist oder heinz ketchup hat oh nein kein totenschädel typ los du mal finde etwas zu essen haben wir genug danke da sind geräusche von jemanden der baut oder abfällt du hast nichts im moment richtig ich muss gerade stöcke ach raumstämmer weg bringen ich wusste ja nicht dass ich mit denen nicht ins wasser kann verdammt sag nicht du bist schon wieder gestorben es gewittert füllt sich jetzt die schale bitte bitte ja versuche gerade gleich eins zu sammeln ja er ist es gut ich bin ausnahmsweise mal komplett voll das gibt es doch nicht was denn da los was denn da los soll ich schon mal anfangen die Hütte zu bauen ich habe aber jetzt schon Holz gesammelt ja ja insofern werde ich nicht fragen Unterkünfte Blöckhütte richtig Der Spiel nicht schon wieder hängt? Nicht schön, aber was soll's. Ja. So. Auch Wasser. Kriegt man Wasser. ja nicht nein bisher füllt sich die Schale nicht fantastisch warum sind hier Baumstämme ach so bis Heinz kam ach so oh ein Hase genau mit mir macht das ist alles nicht roh das Gegenteil von roh ja Uppsala ja wir brauchen ein Lager wo wir weiß ich nicht da ist ein Vögelchen genau neben dir was fällt hier ein komm her oh ho 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 im Flug ich hab das Vögelchen im Flug erledigt heute gibt's Brathähnchen oh das tut mir so leid rohes Fleisch und rohes kleines Fleisch Entschuldigung falls ich dich getroffen habe gut so soll ich das getrocknete aufhängen ich hab rohes Fleisch dann lass mich doch bitte aufhängen geh doch mal bitte weg ich will nämlich dein Fleisch aufhängen aufheben ja den wollte ich gerade schon erledigen eine schwarze Möwe das Spiel hakt ständig toll ich hab den Vogel erledigt es tut mir so leid was ihr könnt trinken 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 fantastisch ich hab ein Vögelchen guck mal guck mal guck mal guck mal ein Piepmatz ich hab ich hab mich gerade erst hingestellt ich möchte dich nicht erledigen du bist mir so süß nur wir kommen wieder hoch dafür brauchen wir eine Treppe oder? ich guck mal wie wir eine Treppe kriegen Feuer nein das ist doch schon mal was Essen und Wasser das ist doch schon mal was die Treppe die Treppe dafür brauchen wir nur 5 Baumstämme oh der ist aber klein guck mal oh ich lerne das nie entschuldigung kann man Treppe an Treppe machen? was meinst du? dann müssen wir es wieder weil die zu kurz ist wird Nacht was? das funktioniert nicht das funktioniert nicht boah warum hängt das Spiel ständig toll jetzt ist auch das Flaggefeuer kaputt wenn du in Protect das ist immer faktisch klein dich du kannst glück und du bist